Willkommen zurück bei Let's Play Halo 2. Die Kampfstation Kairo wird hier gerade angegriffen. Wir haben wieder ein leichtes Déjà-vu. Stellen Sie fest, wo Sie eingedrungen sind, Chief. Machen Sie dort dicht. Wir sind hinter Ihnen, Sir! Also, die Kleinen hören sich jetzt noch süßer an, würde ich jetzt fast sagen. Oh! Yeah! Ich brauche neue Muni. Oh, upsala, Entschuldigung. Das ist nicht in Ordnung! Haha! Einfängel in Astruf 7. Hey! Können Sie es anvisieren? Wat? Wat hat er gesagt? Vor dem Einfängel in Astruf 2. Wann? So gut bist du auch nicht, was? Hihahahahaha! Der war gut, Amigo! Ich glaube, die Waffen sind nicht mehr so stark. Ach du Gott, wo ist denn das? Achso! Was haben wir hier? Nehmen wir. Was sehen denn da meine geschwollenen Augen? Oh, wo denn? Wie viel kommt der da noch aus? Irgendwie muss ich nach unten. Hey, ich hab eine Lebende! Soll ich einfach springen? Biermott! Eingreifteams zum Kommunikationstack! Alter, wie viel Muni ich jetzt daran verballern muss! Kommen ich hier hin? Was? Nööööööööööööööööööööö Millionen Wirklich übel. Feind ausgeschaltet. Anfalle, Vorsicht, Ausfall. Oh oh. Was geht denn hier an? Keine Zeit zum Anhalten. Alarm! Feindliche Truppen im Backbord nebteck. Unser Licht haben wir nicht mehr. Okay, jetzt wechseln wir so die Waffe. Ich sterbe! Ich weiß, dass ich sterbe! Schau, steh auf, du bist nicht verletzt. Können wir irgendwie anvisieren? Ah, okay, das geht noch. Mach sie nicht wütend! Doch, doch. Abscheulichen Preator! Autsch! Auffass! Okay, irgendwie... Jetzt zieh die Granaten wie so doll. Oh. Entschuldigung. Oh oh, die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe! Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die! Ach du Gott. Die machen uns hier platt. Ich möchte noch ein paar Granaten. Hier war ja nichts ver... Oh doch. Verdammter Ausgelöser! Arzt! Alle Mann in die Druckzonen! ...verarmenswerter Mensch! Ihr Affe, habt keine Angst! Los doch, Tumpel! Ich bin euch! ...kampf einhalten zu den Evakuierungsstationen! Na super, und es wird schon wieder evakuiert. Alle Mann zu den Evakuierungsstationen! Immer sind die Menschen angearscht. Raus aus meiner Waffenkammer! Da halten Sie sich... Oh oh! Alter, Alter! Alter! Ich brauche unbedingt Muni! Ach, da ist jetzt Licht! Okay. Aber keine Batterieanzeige, ne? Ich brauche den Habitat-Täter! Hehe! Hehe! Okay, wo ist die Bombe? Oh oh! Ich brauche die Bombe! Ich brauche die Bombe! Oh shit! Oh shit! Was ist der Balle denn von da unten, bitte? Gesamte Besatzung vorbereiten zum Verlangen der Station Verdammt So, den haben wir geplättet Na, da landen wir, aber hier nicht, verdammt Was ist denn das für ein komisches Ding? Achso Ich war fast an Bord, als die auftauchten Keine Sorge, Ma'am, wir sind am Ball Ach, das ist der Zug Von vorhin, wa? Ich schulde Ihnen was Och, was schuldest du mir denn? Okay, da sind wir weiter, aber ich guck hier erst mal vorbei Oh, uiuiui Äh, sind wir doch da weiter? Dann guck ich doch lieber da lang Nö, hier ist nichts weiter, oh Kommen wir von da? Ich weiß das gerade gar nicht Was ist das? Ach du Gott, den kriegen wir gar nicht Oder wat? Geile Scheiße Ähm, wo muss ich jetzt weiter? Da möchte ich eine Ungarn runterspringen Hm Sir, Eindringlinge im Feuerkontrollzentrum, die haben eine Bombe Ist sie zu entschärfen? Ja, der Chief, muss mir aber helfen, an die Zündkapsel heranzukommen Chief, finden Sie die Bombe Im Laufschritt Cortana, Ziele aussuchen und Feuer frei Und wieder rein Hier ist der Ekelon zu mir Nehmt euch die Kreuzer vor Schaltet sie nacheinander aus Seite Ekelon, kümmert euch um die Träger Ähm Ach Was denn das? Neue Aliens Boah Wie soll man die denn kriegen, bitte? What the fuck war das denn? Ähm Ach Du Shit Das Ding kommt hochgefahren Oh man Ah verdammt Sobald ich getroffen werde Geht der wieder raus Aus der Zoom-Funktion Das ist ein bisschen nervig So und jetzt? Und es geht wieder abwärts Ah, cool Ah, jetzt raffe ich das Prinzip mal Sehr schön Und da Was Child Seine Thund Die Oh oh. Oh oh. Shit, shit, shit. Was, was denn jetzt Phase? Er hat das Kantefeld der Weile in Richtung Kette durchbrochen. Was soll denn das für ein Ding hier darstellen? Irgendwelche Hydraulikpumpen oder was? Ich weiß gar nicht, wo ich hin muss. Ah, okay. Gut, dann machen wir hier wieder ein Folgenpäuschen-Spitze. Ich bedanke mich. Bis dann.